Hallo! Ich sollte wirklich schlafen gehen. Es ist halb vier. Stattdessen spiele ich dieses Spiel. Was soll's, ich bin eh ein bisschen hinten dran. Ich wollte es eh schon viel früher machen, aber tja, Arbeit. Ich hab endlich mal frei heute. Mittlerweile heute. Nach neun Tagen Schicht. Wusa! So, Pantanal. Wieso save ich schon wieder? Okay, Schuss. Blarks swimming hier. Äh, ups. Ah, Moment. Näh, näh, näh. Shisha-Schlauch positionieren. Hupf und hupf. Die Blarks sind aus Yoshi's Island. Und ich nehme mal an, diese Blarks sind noch sehr ungesund. Kotz. Aha, du wirst mal mitgenommen. Hallo, Koopa. Boing. Das war schon wieder so eine epische Pose. Hihi. Äh, äh. Die. Super. So. Ich mach mal hier wirklich ein Save. Aber ich... Ach stimmt, ich kann mich abstoßen. Muhahaha. Hihi. Nicht nett. Ich versteck mich auf dem Baum. Ich weiß zwar nicht, wieso ich immer die ganzen Koopas mitnehme. Da, deswegen. Vergiss es, Chuck. Hm. So aufgedreht war ich heute auf Arbeit. Näh. Nett. Heil, ich folge dir. Ach ja, ich hab keine Feuerblume mehr. Nee. Hm. Ah, okay. Münzen bringen auch ein bisschen Leben. Interesting. Ähm. Diese Musik ist... Cool. Geht's da rein? Nein, aber da... Ist ein Koopa Troopa. Aber hier ist das Exit. Okay. Epic Luigi. Fatality. Ah, okay. Ey. Na gut. Mach mal halt mal dieses Ding hier. Ich hoffe mal in dem Schloss da hinten. Das ging in die Hose, mein kleiner Koopa-Freund. Ist ein Endboss. Ein Wump. Ich mag diesen Hintergrund. Ich mag diese Hintergründe allgemein. Die sind richtig geil. Und diese Säge ist alles andere als geil. Wuhu. Wuhu. War das... Uah. Knochentrock. Hä? Hm. Schon wieder. Aha. Pilz aus Blöcken. Iiii. Das hätte klappen können. So. Safe. Safe vom Berg. Könnte ungesund werden. Hm. Klassische... Klassischer Sound. Ich wollte es gerade sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass ich da reinspringe. Und das ist alles nur für ein Le... Oh mein Gott. Nee, ich brauche eher einen Pilz. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht in... Pins ins... Unter Wasser. So. Gut. Schuss. Siss, siss, siss. Ach, sehr schön. Sehr schön. Doink, doink. Nein, doch kein Doink. Das hätte nicht sein müssen. Das auch nicht. Eita, tsch. Hihi. Ach, scheiße. Kurze Levels. Nicht wirklich schwer. Aber, naja, was soll's. Noch gebe ich dir hoffentlich nicht auf. Es ist ja wahrscheinlich erst... Es ist die erste Welt. Ha, ha, ha. So. Ich erwarte jetzt einen Boss in diesem... Schlelele Boss. Versus... Joey? Jaui? Okay, schauen wir mal. So. Gut, das sind schon mal Pilze. Mit einem Pose-Luigi. Oh, gleich der Boss. Gut. Zeig deinem sexy Hintern. Was ist das? Ich hätte jetzt schon fast gesagt, ein Dachs. Aber ich hätte gerne, das ist eine Kuh. Äh, Lebensleiste oder so? Ihh. Okay. Ah, okay. Jaui, Joey mal 10. Das heißt, ich muss nur ab und zu mal auf ihn draufhüpfen. Der macht nicht viel Schaden. Oh, was? Ich bin grün. Mir ist schlecht. Oh, okay. Das ist nicht nice. Mi, 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 mi. Komm her. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Wo war ich? Ach ja. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Komm her, ist nur noch ein Dotzer. Danke. Der war nicht schwer. Und ich hätte die Hits... Oh, das ist ja gut. ... auch mir ersparen können. Pipe. Ach nee. Achs, 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 achs. Schnee. Ich will wieder zurück. Gut. Rocky Walk. Weiter geht's. Oh, cool. Ihh. Das freut mich jetzt. Das ist cool. Ich spiele einen Koopa Troopa. Und ich habe nicht viel Leben. Das... Mie-Pose. Mie-Pose. So. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hui. Ey, das... Ich finde das geil. Das... Das macht mich jetzt an. Das war ein... Dieses Fass hat ein ziemlich Druck gehabt. Nein, Brüder. Wieso hasst ihr mich? Die blaue Shell ist viel cooler. Ähm. Bäh. Roter Koopa. Gefällt mir. Me gusta mucho. Ach, der schießt nicht gerade. Der schießt wie Mario. P-Switch nehme ich mal mit. Nein, diesmal nicht. Hallo, Shy Guy. Wuhu. Wozu brauche ich... Das sieht schon komisch aus. Wozu werde ich diesen P-Switch denn benötigen? Bäh. Wozu brauche ich denn dieses scheiß Ding? Pfeil. Ach nee. Hm. Müsste ich etwa in diese... Zum Müll. Röhre? Nein, muss ich nicht. Muss ich hier den P-Switch verwenden? Ich habe ja gespeichert. Nee, auch nicht. Ich will den jetzt nicht verschwenden. Vergiss es. Aua. Ich will da rein. Hui. Wiggler, oder wie hießen die? Ich habe es vergessen. Das stand jedenfalls mal auf einem Infoblock irgendwo. Ich wollte doch rutschen. Nein, ich wollte nicht so weit rutschen. Warte mal. Äh, warte mal hier, ne. Äh, ich glaube, ich verwende jetzt mal hier den P-Switch. Äh, und, äh, spring da drauf. Und es bringt nichts. Deswegen bringe ich mich jetzt mal um hier. Weil ich jetzt da zu traurig drüber bin. Äh, ich kann es einfach nicht lassen. Jetzt. Lass ich dich halt da. Sag mal, sch... Blubber. Nieselmischen, blubber. So. Mh. Mur. Grüß Gott. Vergiss es. Boink. Nips. 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 Seid lieb zu mir. Exit. Ich finde den so knuffig. Ich finde es auch überaus cool, dass das Code Climb... Dass das geht. Das ist echt... So. Ich werde jetzt... Werde ich jetzt die noch schnell machen? Oder mache ich sie nett? Bip, 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 bip. Scheiß drauf. So. Oh Gott. Ach Gott. Mal schauen, ob das kein Fehler war, die zu machen. Hupf. Hm. Als ich immer im Urlaub in den Bergen war, waren solche Dinge nicht. Das hätte ich manchmal sehr begrüßt. Da waren auch keine fliegenden Schildkröten. Aber wenn, dann... War wahrscheinlich was im Tabak, wenn ich die gesehen hätte. Ich schlafe ein bisschen. Hey, hau ab. Ist das ein Pilz? Natürlich. Uah, 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 uah. Duh. Duh. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Okay. Huh. Kletter, 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 kletter. Das ist wenigstens keine Rutschlevel. Wenn man... ...s gleich mal ausrutscht. Wieso nehme ich den jetzt mit? Weil ich ihm den Tod wünsche. Und dir auch. So. Nene, 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 nene. Rühre. Wieso konnte ich jetzt eigentlich nicht die Fresse halten? Blup, blup. Ah, ha, 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 ha. Ha ha, das war alles geplant. Da. So. Level geschafft. Boah. Wenn ich das schon seh. Schnee. Brr, sep, sep, sep. So, und jetzt bin ich bei Snowy Happiness. Und diese Snowy Happiness sehen wir nächste Folge. Wir sehen uns, Leute. Macht rein. Ciao, ciao.